Zurzeit sprießen AI-Writer, also Artificial Intelligence Powered Writing Systeme, wie Pilze aus dem Boden. Ein weiteres Mitglied in der Riege ist Brainwork. In meinem YouTube-Channel findet ihr jede Menge Reviews zu Nietzsches, Writer, Texter-AI, AICO.AI und jetzt eben auch Brainwork. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie sich Brainwork als Schreibassistent in der Praxis schlägt. Tipps, Tools und Tutorials rund um Marketing, Business und Erfolg findest du auf designersin.de oder auch auf meinem YouTube-Channel. Um keine Videos zu verpassen, abonnier den Kanal und drück die kleine Glocke. Bevor wir ins Backend gehen, ganz kurz, welche Features wir hier im Angebot haben. Das Interessanteste dürfte der Bereich sein, Brainwork im Zusammenhang mit der SEO-Strategie zu sehen. Denn Brainwork bietet neben den Image-Finder, dass ich also direkt meine Beiträge jetzt mit Brainwork erstellen kann, vor allem die Funktion, das SEO-Ranking zu optimieren und verspricht dahingehend, dann die Artificial Intelligence entsprechend zu nutzen. Es geht also nicht nur darum, Paragraphen oder Listen zu erstellen, sondern diese sollten möglichst auch unserer SEO-Content-Strategie entsprechen. Wenn wir zu den Preisen kommen, sehen wir, dass der ganze Spaß bei 9 Dollar anfängt. Wer jährlich zahlt, kann hier nochmal etwas sparen. Wir bekommen hier 10.000 Wörter dann pro Monat. Bei 25 Euro wären es 40.000 und bei 50 Euro wären dies 100.000 Wörter. Nun, ich denke, für die meisten dürfte der Tarif 25 Euro mit 40.000 Wörtern am interessantesten sein, hat einen Beitrag um die 1.000 bis maximal 2.000 Wörter, reicht dies also aus, um jeden Tag einen neuen Beitrag zu posten. Zum Zeitpunkt dieses Videos gibt es aber auch noch einen Lifetime-Deal für 79 Dollar. Und hier habe ich all die Funktionen enthalten, also den Keyword-Analyser. Wir können die Blog-Beiträge erstellen, wir können uns ein Outline und einen Titel generieren lassen und natürlich den Content und diesen dann mit den eben besprochenen 40.000 Wörtern pro Monat, was für die meisten wohl reichen wird. Wer wirklich viel schreibt und ein, zwei, drei Posts veröffentlicht pro Tag oder auch für Kunden arbeitet, der wird dann wohl mit den Tarifen Tier 2 oder Tier 3 besser aufgehoben sein. Das Ganze geht bis zu Version 4, wo ich immerhin eine halbe Million Wörter pro Monat generieren kann. Das ist also wirklich dann eher für den professionellen Agenturbereich. Ich habe mir jetzt mal den Tarif 1 gekauft, 40.000 Wörter reicht für mich pro Monat aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob die Qualität ebenso ausreicht. Ich bin hier in meinem Backend. Es gibt hier eine ganze Reihe an verschiedenen Funktionen, also Keyword-Researcher, Performance-Analyse etc. All dies wird unter Tutorials im Detail erklärt. Für uns interessant ist aber eher der Bereich Keyword-Recherche und natürlich der AI-Writing-Assistent. Übrigens, Blog-Titel und Outlines sind hier integriert, sodass wir uns auch nur diesen anschauen müssen und all die anderen Punkte dann gleich mit abgefrühstückt haben. Ich klicke mal auf Keyword-Recherche. Bei der deutschen Recherche werden wir keine Ergebnisse finden, denn Brainwork ist zurzeit nur für englische Artikel. Aber mehrere Sprachen stehen zurzeit auch auf der Roadmap. Okay, starten wir also hier einmal zum Thema Finanzen, Investment Possibilities. Hier sehen wir, dass das Volumen sehr gering ist, die Kompetenz mittelmäßig und es wird von der Schwierigkeit her nicht so eingeschätzt, als wäre es dramatisch hier zu ranken. Sehen wir uns den Verlauf an des letzten Jahres, da sehen wir, dass das durchschnittliche Volumen ungefähr bei 1000 liegt. Einzige Ausnahme ist ganz offensichtlich hier der Mai. Und ich vermute mal, dass das hier an dem extremen Event des Bitcoins liegt, denn wir hatten hier einen absoluten Marktcrash. Und entsprechend werden hier viele Leute gesucht haben. Danach hat sich das wieder etwas beruhigt. Zum Jahresende ist dies wieder gestiegen. Darunter sehen wir weitere. Keyword Ideen, also ist it possible to invest private companies, minimum possible investment, solche Dinge, die auch interessant sein könnten. Und die Topfragen der Kunden können uns natürlich auch noch mehr anzeigen lassen. Dann werden weitere Fragen generiert. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Titel, den man nutzen könnte. Wir können jetzt diese Keywords hier einmal abspeichern, wenn wir wollen. Und dann haben wir diese als Setup zusammengefügt, Investment Possibilities und sehen auf einen Blick, wie dort die Kerndaten sind. Gut, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Wir wollen sehen, wie wir einen Inhalt erstellen können. Und da sage ich Create New Post. Wir bleiben bei unserem Keyword. Die Datenbank ist, wie gesagt, auf Englisch und derzeit noch für den amerikanischen Markt optimiert. Für den deutschen Markt also nicht. Was hingegen sehr schön ist. Wir kriegen hier einen kleinen Zwischencheck, ob die Artificial Intelligence für dieses Thema ausreichend trainiert wurde. In diesem Fall ja. Wir sollten also ganz gute Ergebnisse bekommen. Also gehen wir auf Continue und schauen mal, was wir hier für alternative Keywords haben, die wir jetzt ergänzen können. Also Investment, Return on Investment. Und die beiden Keywords sind auch noch interessant. Und dann nehmen wir noch Investing in Bitcoin. Investing in Krypto. Vielleicht noch als weitere Themen. Und Create. Oh, da haben wir eins zu viel. Also müssen wir eins wieder rausnehmen. Okay. Und jetzt geht's los. Nun, was sehr schön ist, das Ganze geht sehr zügig. Als erstes können wir jetzt die Titel generieren. Da schauen wir uns mal die Beispiele an. Seven Tips to Successful Investment Possibilities. Klingt schon mal gut. How to invest in my investment portfolio. Ten best investment possibilities in the world. Das klingt doch schon mal sehr spannend. Das nehmen wir mal als Titel. Dann geht's weiter mit der Outline. Da lassen wir uns eine generieren. People often invest in order to make more money. Okay. Dann haben wir hier die Abschnitte. Is it possible to invest without a broker? What are the risks of investing? How much money we create to invest? Klingt alles super. Und hier haben wir nochmal die zehn Varianten. So, ich würde sagen, wir klicken dies und dies. Einfach mal beides in unseren Beitrag. Und jetzt geht's darum, die Inhalte zu schreiben. Okay. Und wir starten vielleicht dann hier mit. Alles, was wir machen müssen. Wir markieren jetzt den Text und sage, schreib einen Beitrag. Wenn wir zu wenig markieren, hier zum Beispiel nur das Wort, da sehen wir hier oben, nein, wir haben nur 50% an Buchstaben markiert, um daraus ein Paragrafen erstellen zu können. Das Tool braucht also mehr Informationen, um was Sinnvolles schreiben zu können. Also markieren wir hier einfach mal alles. Jetzt haben wir hier auch das hinterlegt. Wir sehen, wir können jetzt die Buttons klicken. Und das machen wir jetzt auch. Und schon haben wir den ersten Absatz fertig. There are a number of investment opportunities available for investors to consider. One option is to invest in stocks, which can provide the potential for capital gains. Bla, 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 bla. Und das klingt alles schon richtig gut. So, wir können auch den letzten Satz hier einfach nochmal markieren und sagen, schreib noch einen Paragrafen dazu. Die können wir nicht. Wir haben zu viel markiert. Also müssen wir hier ein Teil markieren. Vielleicht diesen Bereich. Ja genau, jetzt haben wir hier wieder die Hinterlegung. Und wir können weiterschreiben. Das ist jetzt hier eine Wiederholung. Brauchen wir also nicht. Aber hier geht der Satz sinnvoll weiter. Ja, for example, if an investor look for short term gain, they may invest in stocks that have a higher risk. Wunderbar. Okay. Nächster Absatz. Wiederholen wir den gleichen Spaß. Wir können also auch ohne Broker investieren. Hier nochmal Thema Risks involved in investing without a broker. Schreiben wir nochmal zweiten Absatz. Und allgemein zum Thema. Was sind die Risiken bei der Investition? Wie viel Geld brauchen wir? Da bin ich mal gespannt, was hier gesagt wird. Da gibt es keine direkte Antwort. The amount of money you will need to invest depends on the type of investment you choose. Das ist eine gute Antwort. Mal schauen, ob wir jetzt hier aus diesem zweiten Absatz vielleicht eher eine Liste machen. Hier möglicherweise mal ein paar Schritte machen. Zum Thema Smaller Investment. Und das sieht auch super aus. Research the investment. Jawohl. Gebühren und Gewinne vergleichen. Und dann nehmen wir nochmal Schritt 3. Das andere brauchen wir nicht. Parallel auf. Und das Fazit. So, und jetzt haben wir hier noch unsere Liste schon fertig. Wir können auch da natürlich sagen, different variable for dip. Und sagen dazu, einfach mal spaßeshalber gucken, was dabei rauskommt. Wir wollen uns hier zu den verschiedenen Optionen des Investments eine Liste erstellen lassen. Und hier sehen wir sieben Varianten. Funds, Stocks, Bonds, ETFs, Real Estate, Cryptocurrencies. Prima. Also auch das hätten wir jetzt ohne Outline später nochmal generieren können. Wir bleiben mal bei der Outline, die wir haben. Und sagen Investing in Bitcoin. Zack, Paragraph dazu. So, und damit ist der Beitrag fertig. Alles klar. Was machen wir jetzt? Wir können doch anfangen, einen Satz zu schreiben. Tem, Tips. Und klicken dann auf den kleinen Stift. Und der vervollständigt dann unseren Satz. Ten tips to help you invest your money wisely. Klingt auch super. Und dann haben wir die verschiedenen Sektionen hier. Das ist die Überschrift 3. Mittlerweile haben wir übrigens hier unten 1600 Wörter automatisiert geschrieben. Klar, ich muss das alles nochmal im Detail dann durchlesen, ob das dann auch wirklich alles korrekt ist. Also übernehme niemals einen Text 1 zu 1, der von der AI erstellt wurde. Aber wir haben jetzt hier schon mal eine super Voraussetzung für unseren Beitrag. Was können wir noch weitermachen? Wir können hier bei Keywords schauen, welche Keywords noch interessant sein könnten. Spannend finde ich hier unten dann vor allem die Top Questions. Also hier sind möglicherweise dann noch Fragen enthalten, die wir nicht in unserem Beitrag haben. In diesem Fall habe ich die spannenden Fragen direkt schon eingebaut. Und wir haben noch einen kleinen SEO-Checker. Nun, das ist so etwas letzten Endes wie Joost. Also wer einen WordPress-Blog hat, der braucht das jetzt nicht wirklich. Dafür werde ich dieses Tool nicht benutzen. Wir können natürlich hier an dieser Stelle auch noch Bilder hinzufügen. Das ist auch interessant. Wenn ich hier auf Bild klicke und sage hier Investment. Da haben wir hier schon gleich ein schönes Bildchen. Wähle ich aus und klicke auf Done. Zack, auch das ist dann schon in unserem Beitrag drin. In der Seitenleiste können wir den Assistenten vom Anfang nochmal starten. Wir können uns auch eine Preview anschauen, wie der ganze Spaß jetzt ohne Einstellung aussieht. Dass wir hier einen besseren Eindruck von unserem Blog bekommen. Und wenn wir sagen, das ist super, dann können wir auch hier direkt auf Download gehen. Und diesen Beitrag als Text oder Dokument herunterladen. Ich mache mal hier den Test und lade das als Doc runter. Und gehe dann mal wieder zurück auf Edit. Dann sind wir wieder in unserer Bearbeitungsansicht. Hier können wir den Beitrag natürlich speichern. Der wird aber auch automatisch zwischengespeichert. Aber lieber einmal zu viel als zu wenig. Die spannendste Funktion an dieser Stelle ist für mich der Plagiats-Check. Denn dieser Check ist in der Tat mit Copyscape verbunden. Und Copyscape ist ein sehr kritisches Tool. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass es Inhalte gibt, die woanders im Web schon mal aufgetaucht sind. Und wenn wir runterscrollen, sehen wir auch die Bereiche, die Copyscape gefunden hat. So, dieser Bereich ist komplett. Schon vorhanden. Und da sagen wir einfach Rephrase. Jetzt wird hier raus ein neuer Absatz geschrieben. Das gleiche machen wir hier. Rephrase. Und hier könnten wir alternativ auf Summarize gehen. Wir sehen aber, die Buttons sind wieder ausgegraut. Das heißt, das ist zu viel Text. Da werden wir wahrscheinlich dann zwei Sätze draus machen müssen. Also machen wir hier einmal Summarize. Und hier auch. Und daraus dann ein Absatz. Dieser Satz doppelt sich mit dem ersten Satz. Den löschen wir also raus. So, und damit ist Copyscape zufrieden. Wir haben einen einzigartigen Text erstellt. Den können wir jetzt teilen. Zum Beispiel mit Kunden. Wir können hier also eine Public-URL erstellen. Damit jeder diese Domain einsehen kann. Und wir können das Dokument an dieser Stelle natürlich auch wieder downloaden. Ich hatte es gerade als Word. Das schauen wir uns an. Jetzt lade ich es nochmal als HTML. Und das schauen wir uns auch an. Hier ist also die HTML-Version. Das sieht sehr gut aus. Und hier haben wir dann die Word-Version. Und auch die sieht super aus. Die Überschriften sind erkannt. Der Text ist erkannt. Das Bild ist sogar übernommen. Das sieht alles super aus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier sogar noch einen Schritt weiter können. Und einfach alles markieren. Copy. Und das in unseren Blogpost einfügen. Und auch dies klappt im Gutenberg-Editor ohne Probleme. Das Bild ist super übernommen. Dieses externe Bild, das könnte ich jetzt hier hochladen und damit in meine Datenbank übernehmen. Dann ist es nicht mehr extern verknüpft. Die Texte sind übernommen. Die Überschrift ist richtig ausgezeichnet. Auch die H3-Überschrift ist richtig ausgezeichnet. Kurzum. Das ganze Tool macht Spaß. Man kann hier sehr schnell, wie ihr seht, einen Artikel mit 1600 Wörtern zusammenstellen. Das Ganze am Markt orientiert. Es wird also nicht pauschal, wie bei anderen Tools, einfach alles in einem Klick erstellt. Sondern man muss hier schon ein bisschen mitdenken und sich die Dinge zusammenklicken. Und die Arbeit, die ich jetzt natürlich noch habe, ist, diesen Text dann im Detail mal durchzulesen. Ob das auch alles richtig ist. Respektive, wenn der Beitrag jetzt auf Deutsch sein soll, das Ganze hier dann auch zu übersetzen. Das Ganze ist ja in der Regel leicht möglich, indem wir den Google-Übersetzer nutzen. Und hier können wir dann Dokumente nehmen. Das Ganze soll von Englisch nach Deutsch übersetzen. So, die 10 besten Anlagemöglichkeiten der Welt. Menschen investieren oft, um mehr Geld zu verdienen. Es gibt viele verschiedene Anlagemöglichkeiten. Und jeder hat ihre eigenen Risiken und Chancen. Was sind die besten Anlagemöglichkeiten? Es gibt eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten, die Anleger in Betracht ziehen können. Eine Möglichkeit besteht darin, in Aktien zu investieren, die das Potenzial für Kapitalgewinne bieten können. Also, wir haben hier den kompletten Text wunderbar übersetzt und können diesen jetzt dann in unseren Blog kopieren. Und hier haben wir unseren Beitrag fertig. Und jetzt können wir diesen Beitrag nochmal durchlesen, Anpassung vornehmen und dann sind wir im Prinzip fertig. Also, Brainwork hat hier eine tolle Möglichkeit gefunden, uns bei der Erstellung der Beiträge zu helfen. Wir haben nicht die Einklicklösung wie bei Texta.ai oder die Möglichkeit, einen kompletten Text in einem Rutsch umschreiben zu lassen, wie wir das bei AICO haben. Dafür haben wir hier eine, wie soll ich es nennen, Schritt-für-Schritt-Unterstützung bei der Erstellung eines einzigartigen Artikels, basierend auf die Fragen und Wünsche unserer Kunden. Das Ganze bekommt da natürlich diesen Human Touch, den wir in unserem Blog natürlich auch haben wollen. Natürlich gilt auch hier, man muss das Ganze später nochmal überarbeiten, durchschauen. Als Faustregel, wie bei allen AI-Writern, ist die 80-20-Regel. Versuch 80% der Arbeit möglichst automatisiert hinzubekommen und gib dann den persönlichen Touch über die letzten 20% an Arbeit. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Wenn euch die anderen Tools interessieren, schaut in meinem YouTube-Channel vorbei. Weitere Tipps, Tools und Workshops rund um Marketing, Business und Erfolg findest du in meinem YouTube-Kanal. Abonnier diesen am besten und drück die kleine Glocke, um keine Videos zu verpassen. Oder geh auch direkt auf designers-in.de, um aktuelle Trends, Workshops und Angebote zu finden. Alle Links dazu findest du in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, der Marco.